Das ist wunderbar, weil der Inhalt mir natürlich sehr bekannt ist und ich mag immer zunehmend gerne, wenn wenig Aufwand und dass man sich konzentrieren kann auf das, worum es geht. Das ist ja kein einfaches Stück, das glaube ich kann man schon sagen. Wir kennen zwar all die Märchen, aber das Stück an sich, auch die Texte, das ist sehr witzig und sehr spannend.